Grüß euch liebe 1000 PS-Fans hier auf der Intermot in Köln. Ich bin am Stand von SW Motec, neben mir der Michael Ekl, der mir jetzt etwas über dieses graue Kästchen da auf der BMW R90 erzählt. Es handelt sich um einen Tankrucksack namens Yukon 90. So ist es Martin. Schön, dass ihr den Weg auf unseren Stand gefunden habt. Das graue unscheinbare Kästchen ist eine Weltneuheit. Und zwar können wir mit dem Yukon 90 den ersten wasserdichten Tankrucksack mit Quick-Lock System präsentieren. Vielleicht ein paar Eckdaten kurz dazu. Er ist aus Tarpaulin gefertigt. Das ist ein robustes Material, wasserfest, lässt sich leicht reinigen, lichtecht. Und ich denke, zeige mal ganz kurz die Bedienung. Wir haben insgesamt 9 Liter Coldpack Volumen. Wenn wir den Oberdeckel hier abmachen, erhalten wir Zugriff erstmal auf die Oberseite des Faches, der sich auch als Kartenhalter nutzen lässt. Darunter sehen wir den Innenraum des Tankrucksacks mit einem praktischen Organizer, der zum Schlauermmanagement dient. Die Mitteltasche ist verschiebbar, wird bei jedem Tankrucksack mitgeliefert und lässt sich relativ einfach verschließen, indem man einfach diesen Reißverschluss eben wieder zumacht und dann den Deckel oben drüber zieht. Und hier sieht man auch schon durch dieses breite Überlappen, kriegen wir einen sehr schönen wasserdichten Schulterschluss hin, so dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man zum Beispiel durch Regen oder Staub fährt, dass dem Innenleben der Tasche etwas passieren könnte. Also ich muss sagen, von der Optik her gefällt er mir sehr gut, weil er so anders ausschaut als alle anderen. Das Grau wirkt so gar nicht irgendwie billig, sondern es wirkt hochwertig und schaut einfach cool aus. Passt irgendwie auch sehr gut zu der BMW R9T, die SW Motec da ja auch noch anderweitig ein bisschen aufgemotzt hat. Der eigentliche Clou bei dem Tankrucksack neben der Wasserdichtigkeit, die kennst du auch von unseren Drybag-Produkten her, das ist etwas, was wir gut können und schon lange machen, ist jetzt, dass wir dem wasserdichten Produkt auch einen Quick-Lock-Verschluss spendiert haben. Das bedeutet, der ist im Moment hier fest auf dem Bike montiert, hier unten ist aber ein ganz kleiner Zurriemen und wenn ich da mal ganz kurz Druck drauf gebe, haben wir sofort den Tankrucksack in der Hand, super komfortabel mitzunehmen, super komfortabel abzunehmen und das Montieren ist ebenso einfach. Du drückst den einmal kurz drauf, bis du das Einrasten hörst und er ist fest. Also das funktioniert wirklich gut und schnell. Quick-Lock-System ist ja ein wirklich praktisches System, mit dem man sich einfach viel herumgezurre erspart. Ja, Michael, vielen Dank. Der Yukon 90, eindeutig ein tolles Produkt. Wo sind wir preislich? Wir bewegen uns bei 119,95 und im Lieferumfang enthalten ist neben dem Innenorganizer und dem Yukon 90 selbst auch noch der Tankring, also das Oberteil für die Tankring-Befestigung, der sich am Boden des Tankrucksacks, ich versuche dir das nochmal kurz zu zeigen, variabel montieren lässt, sodass du eben gucken kannst, wo es auf deinen Tank am besten passt. Du kannst das so montieren, wie es dir am besten hinpasst und es daneben erst festmachen. Ausgezeichnet. Danke, Michael. Gerne doch.